Na komm. Naja, sie kennen den Weg. Ich gehe schon mal weiter. Und wenn ich vor ihr daheim bin, dann lege ich einfach irgendwas in. In die Fred. Vielleicht mache ich das generell. Nehmen die Eltern nochmal was ab. Hallo du. Ich weiß, da habe ich bestimmt schon reingeschaut, aber ich weiß es nicht mehr. Also gucke ich nochmal rein. Und beim Zurücklaufen schaue ich bestimmt wieder rein. Ach, ich kann sogar noch. Moment. Ich kann sogar noch ein bisschen schneller laufen. Ich weiß, da habe ich definitiv schon reingeschaut. Ich werde es nicht nochmal tun. So. Nimm doch bitte mal, damit ich Paule was abnehmen kann. Ich dachte, ich hätte den Dreckhaufen gesehen. War aber keiner. Komm, gib mal her. Ist ja nicht mit anzusehen. Ja, geht doch. Bitte einfach einparken. Sehr schön. Na, das war doch eigentlich ganz erfolgreich, würde ich sagen. Wollen wir die zwei schnell aus und dann durchs Sankformen an. Hier auszubauen. Äh, Kiste. Achso. Wahrscheinlich passt es gar nicht alles in die Kiste. Eventuell muss ich nochmal ein bisschen um. Achso, das war nur das war nur eine normale Kiste. Das ist aber S-Plus-Kiste, oder? Was machen wir denn da? Noch eine Kiste bauen, im Zweifel. Und wir bauen mal noch eine. Und wir dann die ganzen Bauteile reinhauen. Kiste? Ja. Ja. Entschuldigung. Ich hatte wieder erst einen Kaffee. Aber der ist mir irgendwie wieder auf den Morgen gegangen. Deshalb. Ich habe euch mal nicht getraut, noch einen zu trinken. Aber wenigstens muss ich keine Rätsel lösen heute. Das ist so cool. Okay. Okay. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Nein. Okay. Okay. Und dann kann man das da jetzt reinbollern. Und dann können wir hier das ganze Holz... Naja. Das vergesse ich immer. Finde ich ja Quatsch, weil er springt... Wenn er dann wenigstens automatisch auf das Item springen wird, das man ausgewählt hat, tut er aber nicht. Man muss trotzdem nur von Hand suchen. So. Jetzt brauche ich aber nur... Ich brauche definitiv nur Fetch und Fiber. Das reicht noch lange nicht. Ähm. Ich würde sagen, Fiber kriege ich hier genug. Daran mangelt es schon mal nicht. Hallo? Wenn ich hier... Es wäre so schön. Lass mich doch einfach krabbeln. Doch. Da war gerade die Hand. Die Krabbelhand. Da. 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 Ja. Das ist eins. Das ist eins weniger im Haus. Das ist alles ruhig soweit. Gut. Ich bin paranoid. Was eigentlich doof ist. Weil es ist ja gar nichts Schlimmes passiert. Ich habe ja aus... Also ich war ja selber schuld. Dass der Zeig angegriffen hat. Ja. Albersammeln ist jetzt fast so spannend wie Bäumefällen. ich hätte ja lust bei so ein kleines also ich hab mal den spielstand auf den christleis hatte ich ja schon mal im stream gezeigt aber da war ich ja nur ganz am anfang dort ich halt einmal richtige base da hatte ich ja haupthaus und einen kleinen stall und drei dinos da hatte ich ein paar und die guadadon und glaube ich wenn überhaupt schon aber ich glaube da war soweit war ich da schon und heute die zwei weibens die ich mit mich am anfang kulte mittlerweile sind so ein paar mehr ich konnte nicht aufwendig sind einfach schön kaffee dabei sind sieben oder acht in regenbogen formen einfach schön also wenn man sich nebeneinander aufstellt schauen sie aus wie regenbogen ja auf jeden fall würde ich glaube ich ganz gern mal wieder so ein ja so ein let's show machen mehr oder weniger von meiner base wie sie mittlerweile aus ich bin ja zwischenzeitlich einmal umgezogen weil die andere base zu klein wurde für meine ganzen viecher ja und wird hat jetzt echt schön koppeln die ganzen motz und so würde ich eigentlich ganz gern mal herzeigen es hat für das let's play oder für den ganzen stream irgendwie glaube ich nicht spannend genug weil da bin ich halt größtenteils dabei base weiter auszubauen oder ich bin heute unterwegs und tut mir irgendwas das themen kann aber das hat einmal so spannend mittlerweile über dem team zuzugucken deshalb glaube ich von ganzen stream stream von ganz extrem reicht einfach nicht aber mal zu pressen jetzt so halbe stündchen ist einfach der folge zwischendurch aus special folge vielleicht also wo ich einfach mal bei base bisher zeigen da hätte ich lust drauf was man jetzt eigentlich mal bauen könnten wer so futter drog klappt der wird sind wochen ach metal richtig okay das ist aber kein problem wir haben ja metal vor der haustür da habe ich bestimmt als scherei geguckt entschuldigung man plötzlich sind doch mitnehmen nur damit ich nicht immerzu in diesem dreckhaufen gucke schön dass da jetzt gar kein draus kommt so Moment, ich mach gleich weiter. Das muss man mir ganz kurz. Justieren? So. Und wer hab ich? Sechs. Guck. Mein Gott, erschreck mich damit so. Du bist weiß und wunderschön. Aber für dich brauch ich auf jeden Fall mindestens mal Trank-Pfeile. Und dann macht's halt auch keinen Sinn, die schon Tame. Weil ich kann sie ja eh noch nicht kriegen. Weil es bis zum Sattel eh noch dauert und den da einfach so rumstehen zu haben ist mir eigentlich auch zu riskant. Oh, guck mal. Wir haben Besuch. Habe ich ja auch den sogar. Okay. Ähm. So. Ne, der da. Okay. Not enough inventory await. Okay. A space await. Na gut. Ich ein. Herrlich. 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 Herrlich still. Wollte ich mich grad schon erschrecken. Aber es war bestimmt mein Dilo. Äh. Voll. Mist. Ich nehme mal diesen kleinen Scheiß hier raus. Den wir jetzt nicht direkt zum bauen braucht. Und tu denn in die Bärenkiste. Hier. Oh ne. Hört ihr was ich höre? Oh. 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 Hä? Ich bin im Haus. Im Haus. Oh. 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 Ich hasse diese Vögel. Er sollte mich eigentlich gar nich nicht sehen dürfen. Ach ja richtig. Die Kitschen sind fast voll. Okay. Mein Plan geht dann auf. Das kriegen wir In ein Tierchen. ja immer dass man wieder raus und dann gehen wir das rein und dann ist wieder voll toll mein band ist er kaputt jetzt ich höre den doch schon wieder mensch so arschloch vogel ich hasse die ich brauch keinen mehr kröner streu was wollte ich wollte eigentlich einen futterdruck bauen sonst ist der versuch jetzt halt auf meine flieche anzugreifen ich meine es nützt einfach nix die auf neutral zu pfeifen die erwischen den edel kannst du dich bitte verpissen ob ich jetzt den para erwischt ja wenigstens klipp der zweck mann darf ich jetzt mal hier danke schön hier so hä wieso ach weil der blöde deal im weg steht entschuldigung du bist ne blöd aber im weg im weg bist du schon gerade nein kein stück gerade ich bin leider furchtbar in der hinsicht es muss immer gerade sein nicht symmetrisch aber gerade und bin ich nicht glücklich aber vielleicht stellen einfach hier hin da ist mir dann egal aber gerade steht da nicht mann habe ich mir hier für blöde stelle ausgedacht ach mal hier so so ich bin ich bin ich bin Nein. Nicht dein Ernst. Achso. Terranorin. Okay, ich dachte schon. So. Ob ich jetzt schon wieder das meiste von meinem Holz für den blöden Trog verbraucht? Kann das sein? Nee. Ist einfach hier drin. Okay. Ist voll. Ach komm. Das ist doch alles Quatsch. Alles Quatsch. Ich brauche eine neue Kiste. Das Polymer kann ich eh wegschmeißen, weil das brauche ich so schnell nicht. Und bis ich es brauche, ist es vergammelt. Okay. Okay. So viel Holz ist es doch nicht. Und den Set kann ich jetzt auch nicht tun. Ach komm, den Pull ich hier rein? Ja, ich weiß. Äh, Fetsch. So. Pull. Ja, da brauche ich eh noch mehr. Und Pfeiber. Oh, ich habe hier einen Krabbelhund. Yay. Ah, schön. Ach so. Ob ich hier eventuell auch eine Krabbelhund habe? Irgend mal hier. Das ist ja schön. Kriege ich das Ungrad ja doch noch raus aus meinem Haus. Sehr ungenehm. Hier vielleicht? Ja. Geht doch. Weiter Krabbeln, bitte. Toll, doch aufstehen. Soll der hier, ne? Jawohl. Ja, läuft doch. Darf ja einmal was gut laufen. Ach so, grüner Streu. Richtig, da war ja was. Oh ja. Die nehme ich gerne. Da rein schon wieder wild gewordenes Ovi. Das Ovi-Raptor. Ist jetzt hingerannt? Achtung. Ich bin mal gerade nicht sicher. Ich habe da bestimmt schon reingeguckt. Äh. Oh, guck mal. Das sieht sehr natürlich gewachsen aus. Gerade. So. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich ein Tier doch noch ein bisschen ausbaue. Einfach damit das nicht so hässlich aussieht. Ich bin schwer versucht. Und ich meine, das Haus ist zwar groß, aber viel Platz haben wir drinnen halt trotzdem nicht. Deshalb, wenn wir hier nur ein bisschen noch Truppen bauen würden, wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ach, die Treppe. Ich dachte mir gerade, das schaut komisch aus. Aber hier gucken wir ja die Kisten durch. Das ist alles noch nicht so ideal. Toll. Okay. Ja, dann guck mal doch jetzt erst mal. Wie viel Foundations brauche ich denn? Ich brauche 1, 2, 3 3, 4 Oh Gott. Rechner ist immer so. Es ist 3 mal 3 Macht 3, 6, 9 Macht das 9? 3 mal 3 ist 9, ja.